Merry Christmas, live aus Nürnberg, mit dem Filmbike Galakom.tv, die etwas anderen Perspektiven zum Genießen nehmen. Und denken Sie immer daran, an dem Bärenstand Bärenlisa, krealisa.de, Stand 99. Immer ein Genuss. Und die Kutschenpferde live aus dem Hause Leneis, der etwas andere Bauanlagen garantiert Bio aus Wetzendorf, den müssen Sie erlebt haben. Da steigen Sie mit Sicherheit gleich wieder aus und zu. Und zwar die weltbekannte Christkindesmarktkutsche, schräg gegenüber vom schönen Brunnen. Na dann, auf zur Kutschenfahrt mit der weltbekannten, der sehr weltbekannten Christkindesmarktkutsche aus dem Hause Museum für Kommunikation. Herzlichen Dank. Unterwegs natürlich mit dem Filmbike Galakom.tv Merry Christmas, Much Freedom, Frohe Weihnachten. Also das ist galakom.tv.